Servus und grüß Gott im Frische Center Trabold in Würzburg. Ich komme immer wieder gerne, weil das Obst und das Gemüse so frisch ist und ich eine super Auswahl habe, auch an Weinen. Hier haben wir unsere Bedientheke, mit Sicherheit das Aushängeschild in unserem Markt und der Kundenmagnet schlechthin. Mit der Bedientheke wollen wir natürlich die Kunden locken. Wir locken sie mit unserer Frische und mit unserer Auswahl. Wenn sie schon mal im Markt sind, dann kaufen sie natürlich auch andere Sachen. Einmalig ist unsere Weinabteilung mit 1600 verschiedenen Weinen und allein 800 verschiedenen Frankenweinen. Besondere daran ist, dass wir mit namhaften Privatwinsern zusammenarbeiten, die ihr eigenes Regal haben. Wir haben hier ein Konzept, das nennt sich Markt der Generationen. Durch dieses Konzept sind wir familiengerecht, behindertengerecht, singelgerecht und auch seniorengerecht. Wir haben zum Beispiel besonders breite Gänge, verschiedene Einkaufswägen und auch Blindenschrift. Unsere Fischabteilung. Für viele Kaufleute ist die Fischabteilung so ein Produkt nice to have. Bei uns macht die betriebswirtschaftlich auch richtig Spaß, weil die richtig gut geführt wird von einem Koch und von einem gelernten Fischfachverkäufer. Unser Markt war ursprünglich mal geplant auf einem Umsatzvolumen von 10 Millionen. Mittlerweile machen wir 17 Millionen. Das liegt aber auch daran, weil wir ständig am Ball bleiben.